Hi, wir sind Farid und Stefan. Heute nehmen wir euch ein bisschen mit. Ich muss doch sagen, was wir machen. Was soll ich das auch sagen? Das sind die doch. Hi, wir sind Stefan und Farid. Heute nehmen wir euch mit zum Battle Tennis. Enjoy! Wir reden mit dem Team. Ja, Paul, die brauchen Schläger, ne? Brauchst du auch Schläger? Vielleicht hat es einen Grund, warum wir keine Schläger haben. Ja, das reicht. Mach mal ruhig. Piano, ne? Erste Führung, ja. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Hey, Klaus, was war los? Das war das Bonus, was ich hier gesehen habe. Ja, wir müssen uns erst ein bisschen einspielen. Ah, kein Aussehen? Warte doch, kommt doch gleich. Okay, erzähl jetzt. Am Ende haben wir einfach verloren. Warum? Warum? Du hast echt viele Fehler gemacht, ne? Ja, zwei Stück waren zu viele. Mario und Marco sind meine Turnierfabrik. Mal schauen, ob ich recht behalte. Wir werden sehen. Es ist schwer. Wir werden sehen. Es ist schwer. Es ist gut, ja? Erklärt mal. Woran liegt? Ja, wir haben noch nicht so oft gespielt. Deswegen, wir müssen ein bisschen reinkommen. Ich denke, jetzt wird es besser. Was darfst du sagen? Mangel der Erfahrung. Okay, okay. Vielleicht auch ein bisschen Pech. Aber wir geben unser Bestes. Wie habt ihr gespielt? Wir haben zweimal gewonnen. Ich glaube, wir wurden ein bisschen unterschätzt. Ob das jetzt an meinem Partner Götz liegt oder mir, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe die Spiele gesehen. Ich glaube, der ist insgeheim der Geheimfavorit. Weil mich ein bisschen am Bein hat. Aber ich glaube, wir können im nächsten Spiel was machen. Wir haben da einen Gegner, der ist nicht gut, aber nicht im Schlagfall. Mit der Einstellung sollst du mal rausgehen, wie Jude das macht. Also jeden geht da nochmal ernst nehmen. Aber trotzdem von sich auch selbst überzeugt sein. Wir haben das erste Spiel zu Beginn. Haben wir das gemacht? Ne? Okay, im Fall. Und jetzt hat das Spiel ein bisschen Kraft schon. Bis wir im Fall wollen. Gar nichts. Ja, das sind meine Favoriten, die ich ja schon ab der ersten Runde erwähnt habe. Die fielen hier mit 3 zu 0. Finale übrigens. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Die Spannung steigt. Ich habe das schon bei Marco gesehen von Anfang an. War gut, war gut. Habe ich schon gesehen. Der Typ spielt anders. Und ja, ich habe ja recht behalten bis jetzt. Ich denke auch, dass sie das Spiegel nehmen. Aber wie gesagt, Jonas und Michael schlagen sich auch nicht schlecht. Und darum abwarten. Und darum abwarten. Ich bin ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Das war mein Favorites. Das war mein Favorites, mein Favorites. Das war mein Favorites. Ja, ja. Okay, wir sehen uns. Wir werden uns nicht mehr sehen, wenn wir nicht Stefan und Coach haben, wie bei uns. Coach. Ja, natürlich. Coach Carter. Ja, ja, ja. Und wir bringen uns zu uns hin. Okay, danke, dass ihr dabei wart.